1 2 1 3 4 5 5 5 5 5 5 6 5 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 6 6 5 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 6 5 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 6 6 7 7 7 8 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 8 9 9 9 9 10 9 10 10 10 10 10 11 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 11 15 15 15 15 15 Während Kackbunker hat gerade zwei Frag-Raketen mitgebracht Ich meine auch hinter dem Bunker Husky, I'll get you Hatten Feindlich den GMP ausgeschaltet Ja, verstanden 1-3-4 Koordinat Medic Ich komme, ich gehe War das eine IED oder was? Keine Ahnung Also Michael hat den Beschuss erwischt Der hat den Beschuss aus Westen Da kommt noch einen, hier fällt nördlich Hab ihn Geht weg vom Motorrad Ok, der ist mit 134 Die bewegen die auf diesem Kompon zu Einer mit Scopes hier Die bewegen die Habt ihn im Bunker Das ist eine Granate Kann mich medikulern oder Das nicht? Ich versuch's gleich Ich glaube nicht, dass ich es schaffe Wo bist du überhaupt Ich bin grad in dem Mount Hab da grad vier Leute beschlossen Lasst euch jetzt nicht abschießen Wir cappen grad Kühlen können wir nach Sagst du's einfach Ja, nicht drauf gehen wir nicht, ne Schön bestrecken Wir sind hinweg Bolle, Alter Ich hab den ganzen Headshot seines Lebens reingedrucht Geersmailt Schließen Raketen Link von uns Fahrzeug Link von uns Fahrzeug Was für eins Gleich mit dem Fahrzeug Okay Wer hat man geschaut Ne Kette Kommt zu uns hier ins Gebäude Ihr safe Kann man hier die Flagge capturen Oder wie? Von hier, von hier, von hier Alle verteidigen sie Könnt ihr nicht zurückerobern Ach wir müssen verteidigen und ihr müsst angreifen Ja Ich glaub die haben die V-Bar-Vision Tags hast du uns? Hier oben Wir könnten kurz zurückfallen und uns zur Muni-Kiste dann Ich hab noch Position Er hat noch drei Magazinen Aber eins ist fast leer Gibt's irgendwo noch Positionen Die du mir vielleicht durchgeben Kannst du keinen Feindlichsten enthessen Negativ Doch äh Vor mir Richtung Südwesten 2-3-2 Ich weiß nicht ob das Gebäude clear ist Wer auch übernackiert hat Ähm Jokob sei vorsichtig Ich äh Wende das mörsam Ja gut Ja gut Feindliches Fahrzeug Hinter den Warrior kannst du Bescheid sagen An den Warrior Dass die hinter sich einen 50k Truck haben Fährt weiter Zu dem anderen Panther Der ist kaputt Der ist kaputt Sehr, sehr schön Motorrad auf 2-4-7 In Richtung Südwesten Direkt bei Warrior Lade nach Fuck Oh shit Fuck 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 Nee ein Einer lebt Negativ Negativ Nicht leben Ohoh Alter Hi, hallo. Wir müssen hier nicht noch ne Lodge holen. Einfach mal drüber gefahren, Junge. Sobald es losgeht, ich hoffe, ich bin hinter sich. Das ist wie so ein schlechtes Taliban-Rennen, was hier jetzt losgeht. Obwohl ich mich hier nicht gleich... Ich seh gar nichts wegen dem Sackgesächten. So sah das immer aus, als wir beim Schießen waren in Afghanistan. Immer die ganzen Afghanen-Kinder und so. Die sind mit so Mopeds gekommen und Fahrrädern und zu Fuß und so. Immer wenn wir weg sind, sind die losgespintet, sind auf ihre Mopeds drauf und so. Geil. Die tun mir aber echt leid in dem Land. Die kann das aber auch fies, Junge. Ja, und die qualmt, wenn da einer vor einem fahrt, das ist ja... Was sind das auch für Wege, Alter. Ja, willkommen in Russland. Oh, oh! Okay, was? Ich nehm das auf, ich schick dir... Ich nehm das auf, ich schick dir...